Herzlich willkommen bei der MWG Wohnungsgenossenschaft. Ich bin Maxi, Ihre Ansprechpartnerin rund um das Thema Wohnen. Heute zeige ich Ihnen eine 4-Rau-Musterwohnung in Magdeburg. Unsere Beispielwohnung befindet sich im Objekt Odrigstraße 19 bis 23. Die Wohnungsgröße beträgt ca. 64 Quadratmeter. Hier sehen Sie einen von aktuell sechs Wohnenbelegen. Des Weiteren variieren unsere Wohnungen in der Ausstattung des Badezimmers zwischen Dusche und Badewanne. Diese Wohnung ist mit einem Westbalkon ausgestattet. Darüber hinaus haben wir verschiedene Fliesendekore für die Bäder und die Fliesenspiegel in der Küche. Übrigens gehört zu jeder Wohnung ein eigener Keller und die vielfertigenden Serviceangebote der MWG. Sie haben Maxi? Males Interesse? Melden Sie sich gern bei uns. Alle Kontaktdaten finden Sie in dieser Wohnungsanzeige. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.